Herzlich Willkommen zu diesem Video zum Thema Gitignore. Wir brauchen diese Datei, weil nicht jeder Blödsinn ins Repository soll. Blödsinn ist zum Beispiel Class-Datei, weil das sind Sachen, die erzeugen Sie mit dem Compiler und die haben im Repository nichts zu suchen, weil hier jeder in ihrem Team, wenn sie verteilt arbeiten würden, sich wieder diese halbübersetzten Dateien runterladen würde und die soll er halt lokal erzeugen. Zweiter Grund ist, sie haben keine Garantie, dass alle anderen mit IntelliJ arbeiten beispielsweise. Deswegen müssen im Grunde auch die IntelliJ-Dateien, die dürfen nicht mit ins Repository, weil eventuell arbeite ich der Companion mit Eclipse und dann kommt seine Entwicklungsumgebung durcheinander. Was netto ins Repository soll, sind nur die Java-Dateien und das Gradable-Skript, sonst nichts. Weil sonst kommen ihre ganzen Teamkollegen durcheinander. Und da würde ich Ihnen gerne jetzt vorführen, wie man das einschränkt und dafür brauchen wir die Gitignore-Datei. Und ich zeige Ihnen erstmal, was passiert, wenn man keine hat und dann erstellen wir eine. Also dann auf ins IntelliJ. So, jetzt behaupte ich, dass ich mit meinem Programm fertig bin und möchte jetzt das erste echte Commit ins Repository machen. Also jetzt sollen meine Daten hochgespielt werden ins GitLab. Und das führe ich jetzt vor auf der Kommandozeile. Das heißt, ich habe jetzt hier, Kommandozeile, clear, ls. So, dann haben wir jetzt hier so die Datei, die man so hat, ls-la. Sehen wir jetzt, jetzt haben wir da jede Menge Dateien, die interessant sein könnten. Und jetzt mache ich daraus ein Commit. Git add minus minus all. Das ist jetzt so ein naives Vorgehen sozusagen, dass ich jetzt einfach alle Dateien in die Staging-Area packe. Und die Fehlermeldung, die Sie hier sehen, kommt jetzt aus der Differenz zwischen Unix und Windows. Unix hat ja nur Line-Feed als Zeilenvorschub, während Windows Carriage-Return-Line-Feed hat, also CR-LF als Line-Feed hat. Und ich brauche da irgendwas um das. Ich muss, wahrscheinlich ist bei mir irgendeine Konfigurationsdatei noch falsch. Machen wir später, clear. So, was ich jetzt dann will, ist, ich will ein Commit machen. Git commit minus m, hello world, erstellt oder sowas. Created hello world. Sie sehen jetzt, erzeugt der Schreibplatz und alle Dateien, die es so gab, jetzt in den Commit rein. Jetzt haben wir sozusagen eine Datenstruktur im Commit, wo jetzt alle Änderungen zusammengefasst sind. Und wenn ich jetzt Glück habe, dann geht ein Git push. Das scheint durchzulaufen soll. Jetzt, wenn wir jetzt ins zentrale Repository schauen, dann schauen wir mal, was da angekommen ist. Das heißt, ich habe jetzt mal naiv gearbeitet und einfach mal alles rein, alles eingecheckt. Es sind hier zwei Commits. Und jetzt sehen Sie, naja, Idea, Bild ist drin und im Bild, wenn wir da mal durch, da haben wir auch alle möglichen Classdateien drin. Also das war wohl offenbar ein schwerer Fehler, das zu machen, weil jetzt habe ich in meinem Repository jede Menge Blödsinn eigentlich drin, den ich nicht brauchen kann. So, und wie kriege ich das jetzt abgestellt? Und zwar für immer. Ja, und dazu habe ich mich jetzt hier bewusst mal ins zentrale Repository gewechselt. Das Schöne ist, Sie können hier mit Plus so tun, als wären Sie ein zweiter Benutzer und dann eine eigene Datei dazuhängen. Das heißt, was man jetzt machen kann, ich kann hier sagen, New File. Das heißt, jetzt mache ich im GitLab eine Datei auf und sage jetzt hier, das soll bitte, kann ich hier sagen, das ist bitte meine Gitignore-Datei, so soll die heißen. Und da hätte ich jetzt gerne zum Beispiel alle Gradle-Artefakte ausgeschlossen. Ich kopiere mir das mal in die Zwischenablage. Ich habe es jetzt hier nicht hingekriegt, sozusagen Gradle und Java gleichzeitig hinzukriegen. Deswegen mache ich hier nochmal schnell ein anderes Template, nehme ich das für Java, für Java und hänge da noch das Gradle-Zeug dran. So, jetzt gehen wir die Datei mal durch. Was haben wir denn jetzt hier, was haben wir die jetzt hier angelegt? Die Datei heißt Gitignore erstmal, das ist das Wichtigste. Dann haben wir hier, dieser Lattenzau ist ein Kommentar in Gitignore. Das heißt, da kann ich ein bisschen sagen, was ich ausschließen will. Und hier, was ich jetzt hier schreibe, ist Stern.class. Heißt, bitte alle Stern.class-Dateien sollen nicht mit ins Repository. Jetzt habe ich hier Log-Files, Log-Dateien sollen nicht drin, Blue-J-Files, das kann ich eigentlich, wir haben hier kein Blue-J, das lassen wir mal raus. Mobile-Java haben wir auch nicht. Also machen wir die Datei nicht komplizierter, als sie ist. Und sowas wie eine Jar-Datei, War-Datei, Na-Datei und so weiter sind alles so Dateien, die der Bildprozess in Java erzeugt. Die sollen auch nicht gespeichert werden. Die machen wir nachher über das Artefakt-Repository. Das ist so ein bisschen eine andere Ecke. Dann wollen wir bei Gradle ein paar Sachen nicht drin haben. Und das ist dann wie folgt zu interpretieren. Wir wollen alles nicht drin haben, was im Bild unter Verzeichnis ist. Das ist wenn Sie so ein Schrägstrich dran stellen, dann ist ein ganzes Verzeichnis, eine ganze Verzeichnisstruktur gemeint. Wir wollen aber, und das heißt, das hier ist vielleicht interessant mit diesem, das sehen Sie an dem Ausrufezeichen hier. Wir hätten aber gerne die Gradle-Wrapper.jar-Datei doch mit drin, sodass wir dann damit arbeiten können. Jetzt haben wir so die wesentlichen Sachen drin. Wenn wir uns jetzt mal das Repository anschauen, was ist vielleicht noch verkehrt, was wir nicht brauchen können. Eigentlich wollen wir auch die ganze IntelliJ-Sache nicht drin haben. Schauen wir da noch mal rein, was das ist. LS-LA. Sie sehen hier, das ist eigentlich das unter Verzeichnis Punkt Idea. Das brauchen wir nicht. Haben wir sonst noch was, was wir nicht brauchen? Wir versuchen mal damit zu leben. Das heißt, ich hänge jetzt noch mal die ganzen IntelliJ-Sachen raus aus der Datei. Wir machen hier noch mal so was auf wie Punkt IntelliJ. Und da hätte ich jetzt keine Punkt Idea. Das soll bitte raus sein. Schauen wir noch mal rein. Schauen wir noch mal rein. Punkt Idea. Jetzt haben wir es hoffentlich. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, jetzt habe ich hier diese gitignore-Datei. Die speichere ich jetzt. Das heißt, man kann jetzt hier sagen, commit changes. Add new files vielleicht. gitignore erstellt mit IntelliJ, Gradle und Java. Commit Changes. Hier Target Branch Master. Das heißt, das ist jetzt mein dritter Commit. Wenn ich jetzt hier noch mal reinschaue. Weniken Gerd. Habe ich jetzt hier die gitignore-Datei drin. Und das hat sich auch richtig erkannt. Das ist also für git die entsprechende Datei. Jetzt müssen wir noch die anderen Dateien loswerden. Die im Repository sind. Und jetzt, wenn Sie jetzt so arbeiten, dann können Sie plötzlich, haben Sie ein Problem mit Ihrem lokalen Datenbestand, weil der jetzt nämlich nicht mehr synchron ist zu dem, was im Repository steht. Das heißt, das hole ich mir erst mal diese gitignore-Datei hier lokal her. git pull. Also jetzt spielen wir die Sachen hier rein. Pull bedeutet, lade die Daten ins lokale Repository und aber gleichzeitig auch in Workspace. Ein Fetch wäre nur ins Repository. Wenn ich jetzt wieder sage, ls-la. Dann haben wir jetzt hier die wunderbare Datei gitignore. So, jetzt müssen wir die anderen Dateien loswerden. Das habe ich mir in Stack Overflow abgeschaut. Das heißt, auch hier wieder. Ich habe einfach gesucht nach Apply gitignore to an Existic Repository. Und auch hier ist es wieder so, dass selbe Problem hatten hier irgendwie fast 400 Leute. Und gute 1000 Leute waren der Ansicht, das hier wäre die Lösung. Ich mache sozusagen die Cache ist leer. Das, was übrig geblieben ist, das kommt in die Staging Area. Und dann schieße ich es nochmal hoch. So, schauen wir mal, ob es funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt hier ein, bin ich wieder im Hauptverzeichnis von mir. Ich mache jetzt hier ein Paste. Gtm-r cached. Jetzt sehen Sie, dass er genau die Dateien entfernt hat, die wir mit der gitignore ausschließen wollte. Punkt, machen wir das mal. Punkt, machen wir das mal. Punkt, machen wir das mal hoch und hoffen, dass das jetzt in Ordnung ist. Jetzt machen wir hier mal ein Update. Jetzt haben wir mit etwas Glück, haben wir jetzt hier nur noch die Daten drin, die wir wirklich brauchen. Nämlich Hello World. Also es scheint funktioniert zu haben. Der Gradle Rapper ist noch da, weil wir den ausgeschlossen haben. Und natürlich alle lokalen Dateien, die wir auf jeden Fall auch brauchen. Mit diesem Video habe ich Ihnen also gezeigt, wie Sie erstens eine gitignore-Datei erstellen, wozu die gut ist. Und in die gitignore-Datei, die bauen Sie halt so lange auf, bis im Repository nur noch die Dateien sind, die Sie wirklich zum Arbeiten brauchen. Alles weitere, zum Beispiel die IntelliJ-Dateien, würden Ihre Teammitglieder nur sinnlos verwirren oder sogar IntelliJ und andere Tools zum Abschluss bringen oder Inkonsistenzen erzeugen. Also das muss alles raus. Und das heißt, Sie sollten ungefähr sowas sehen, wie Sie haben hier nur den Source-Code und die build.radle-Datei und die Standardsachen, die gitignore. Und was später noch dazukommt, sind Themen wie der Bildprozess. Das mache ich dann im nächsten Video. So, jetzt sind wir durch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes kommt die Bildpipeline.